Miss Wandschrank? Ist das eine Sie? Alter! Wäääh! 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 Lassen wir die Batterie drinnen? Die ist mal eine. Cool. Ich hab sie jetzt mitgenommen. Ich nehm sie dann auch mit. Das ist nur fair. Zoom! Okay, der Grappling ist ja mega Style. Du kannst Spider-Man damit machen. Was ist diese Bombe? Okay, Luftgegner sind natürlich jetzt absoluter Aids. Oh ja. Realisierung, oh. Und ich explodiere schon fast. Ich sollte hier ein bisschen aus dem Verkehr ziehen. Hey, Challenge of the Mount! Nein. Warte, was war jetzt diese Bombe? Ach so, das ist so eine Tesla-Mine. Ja. Ja. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Alter. Der Damage. Ich kämpfe mir gerade nicht so wirklich. Ich musste mich auch ein bisschen aus dem Verkehr ziehen, weil ich war 1 HP, bevor mein Rucksack explodiert. Deswegen meinte man letztens zu mir, jetzt ist Kiryu in Risk of Rain. Verhauen ihn einfach. Okay. Das mit dem Randziehen ist echt stylisch. Bra... Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel Skill braucht, aber es kann sehr lustig sein. hui. Ich kann mich an so einem Fliegedinger festhalten. Ja, ja, ich auch. Huiii. Alter, ist das stupid. Und es hört nicht auf. Ich kann einfach kurz an mich da dran halten. Huiii. 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 Ich lass dich mal in Ruhe, ja? Ja. Du hast definitiv gerade zu viel Spaß. Challenge of the mountain. Ja, let's go. Ich hatte eigentlich gedacht, will ich es aktivieren? Nein. Oh, guck mal. Noch eine Challenge of the mountain. Alter. Ich meine, wir machen Schaden, aber du wirst nicht. Oh yes, move faster. Das Hound plus 12 Syringes. Oh. Oh. Das könnte lustig werden. Machst du wirklich ora ora. Alter. I want that. Is this? Shrine of combat. Mortal Kombat. Das ist im Grunde der Mercenary nur mit Punches. Dieser Dash ist absolut Bastard, wenn du den auflädst. I love this. Du 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 du. Uh. Moment, kriegt man noch ein Schild? Das hat dann eins deiner... Oh, scheinen wir doch, ja. Ich habe nichts, was mir ein Schild gibt. Das ist eine Passive. Seine Passive ist praktisch einfach, dieses Bernstein-Ding zu haben. I like this guy. Ihr seid jetzt Robo Yakuza. Und ich habe das Portal gefunden, mit zu sterben. Yo. 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 Robo Kusa. Robo Kusa klingt echt wie so eine asiatische Serie irgendwie. Es ist, als würde ich Doomfist spielen. Nur mit dem Grappling-Hook. Grappling-Hook. Mal gucken, was kriegen wir als Gegner. Bitte Queens. Sollte schmachbar sein. Schmachbar. Ja, Alter. Wenn ich nicht explodiere... Ui! Ja, ich explodiere. Tschüss. Ui! Ja, hui! Ja, hui! Kannst du, kannst du deine R benutzen, während du dich so rumschwingst? Äh... I have no idea. I'm just punching stuff. If that's okay. Fuck, yeah. Ja, I'm dead! Okay, zweimal Challenge of a Mountain ist vielleicht doch ein bisschen. Viel gewesen. Besonders bei halt wirklich nur Close-Combat. Okay, den Spiel nochmal, der ist fun! Der ist lustig, aber nicht zwei gleichzeitig. Genauso wie zwei Engineers zusammen wird es einfach... Ist einfach langweilig. Soll ich das Ding auch nochmal mitnehmen? Also ich nehme es so lange mit, bis wir den Charakter freigeschaltet haben. Ja gut, ich versuche zu helfen. Auch wenn das bei mir an sich nicht, äh, ne? Funktioniert das? Fuck. Ach, er hat ja keinen Fall-Damager. Ach, ja. Er hat schon ziemlich viele Items, die man normalerweise so kriegen muss, schon automatisch. Und irgendwie cool. Der Nachteil ist halt so, dass solche Gegner halt echt ätzend mit ihm sind. Ich glaube, er hat mich ja jetzt als Luftunterstützung. Ne. Oh, du hast Andy an deiner Seite. Du hast ein Spielzeug in mir. In diesem Spielzeug? Klar. Ich vibriere. Hmm. This is so much fun. Dieser Grappling Hook is so stupid. Das ist fast genau derselbe Spaß, den ich hatte, als ich bei One Piece, äh, wie hieß das Spiel nochmal, was ich da gespielt hatte? One Piece, One Piece. World Seeker? Wenn man mit Luffy alle Bewegungsfähigkeiten so freigeschaltet hat und auf maximal Fähigkeit gebottert hat, genauso viel Spaß ist das auch. Richtig schön Spider-Man-Feeling. Oh, Attack Speed. Ja, den brauchst du definitiv. Yes. Einfach Ora, Ora, Ora. Ora, LB. Okay. Ja, die Zahlen passen, die nur neun von zehn, äh, Zahnärzten gut finden. Hm. Kirio, warum bist du Zahnarzt geworden, Leute? Zähne rausprüfen. So funktioniert Zahnarzt sei nicht. Ich finde es halt lustig, dass das echt auch so ein internationales Ding ist, weißt du. Ähm. Ich hätte mal so gedacht, das ist einfach nur so ein typischer deutsche Werbespruch, so von wegen neun von zehn Zahnärzten empfehlen dieses Ding. Aber nein, das ist halt auch international, dass das mittlerweile... Ja, von denen haben wir ja das auch. Lass uns mal auf die Verpackung drauf gucken. Nur weil es Doktor Best heißt, heißt das nicht. Es kommt aus Deutschland. Deswegen heißt es nicht, er ist der Best. Er ist halt nur ein Doktor. Der so tut, als wäre er der Best. Der ist der beste Doktor. Oh geil, I have a crowbar. Ja, so gut. I have a crowbar. Wieso wäre das grad witzig, wenn er so diese, die crowbar echt in der Hand hätte? Wenn du, ganz ehrlich, wenn du deine Dingen komplett auflädst, kannst du echt schon fast als One Punch Man durch gelten bei 2700 Prozent Schaden. Also erst machen wir ein Foto von Kier und Andy und danach von Jörn und Reichstange. Und alles von Recht schon. Weiter. Stupid. diese kleinen fliecher zu hauen ja dann müsste der teleporter davon sein okay eine wedel queen das war ein punch schön dass er wenigstens immer noch so eine option hat um ein bisschen fernkopf schaden zu machen toll ich explodiere schon wieder so lächerlich ist das dumm ich habe die komplette breitseite von ihrem stück einfach weg ja es ist wirklich ein weiß schlag stimmt das ist so cool vor allem ist es auch geil dass gerade jetzt die musik von tj combo läuft dann er ist echt super war gut gerettet so jetzt frage ich mich noch haben sie es mittlerweile gefixt dass man gegen vorher gegner als nahkampf geld kämpft auch wirklich bestehen kann sonst wird das nämlich kurz oder ich kann Ich kann meine Hände nicht mehr benutzen. Das wollte ich richtig. Oh, da ist noch. Ich sehe schon eine Spritze, glaube ich, in diesem einen Shop für dich. Andy, du musst mit deiner Crack-Sucht fertig werden. Nee, das ist ein Schlüssel. Fuck. Der Schlüssel zu euren Herzen. I love this character. Nein, da brauchst du mindestens noch zehn andere Passwörter. Hier ist das Syringe. Hier ist ein Backup-Mac. Wie soll das denn funktionieren? Das ist nochmal deins. Achso, dein Grappling-Move. Ja, warte, stimmt. Das ist mein Grappling-Move. Nee, oder? Nee, dann stimmt es. Das ist dein Schiff. Schiff ist ein Charge, ne? Ich glaube, ja. Ja, dann geht er erst nach zweimal benutzen auf Cooldown. Weil jeder einzelne Ladung hat einen Cooldown. This character is so much fun. Das 3 und 2 hier eigentlich. Bisc of Rain 2 ist wieder so weit. Sind genug Updates raus. Ja, ich weiß, was ihr spielt, aber es klingt irgendwie ab. Ich probiere das mit dem Magma. Ja, ich habe einen zweiten Dash. Das ist genauso halt wie Multis-Dingel. Multis kann man zwar nicht aufladen. Nee, doch, nee. Das ist doch mein Grappling-Hook. Ich bin dumm. Ja, macht nix. Habe ich, kann mich damit mehr Spaß haben. Okay, das Geld für uns jetzt geht. Ich dachte mittlerweile, die Pötter würde ein Geld geben. Ja, Link. Bei dem Zelda-Mann. 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 Das ist so geil. Ich liebe diesen neuen Charakter. Das ist nice. Nee, ich kann's dann. Ui. Wir brauchen Geld. Mobility mit dem Charakter. So fuck. Hm. Ein Salamander, der Feuer spuckt, aber mich einspricht, wenn das trifft. Hm. Yes, Energy-Drink. Na komm, noch ein Gegner. Okay. Topazis. Ah, Topazis sind auf mir ja absolut Bullshit, weil das kriegen ja dann meine Turrets, nicht ich. Äh, das ist ja richtig dumm. Dumm. Ja gut, die Topaz-Dinger kriegst du dann ab sofort. Das macht doch viel mehr Sinn. Oh ja. Das ist einfach noch mehr Schild. Dieser Charakter macht so viel Sinn. Ja. Oh fuck. Gut, dass ein sowas hier umbringt. Nimm dir das Ding an. Fokus, Christa, je näher du am Gegner bist, das direkt. Oh ja. Das macht auch dir so viel Sinn. Ich sag ja, auf diesem Charakter macht so viel Sinn. Hm. Man muss nur noch ein bisschen üben. Da ist zwar Feuerwerk im Shop, aber ich würde es dir raten, das doch lieber mitzunehmen. Ja, Indy und Feuerwerk. Eine Kombination, die immer knallt. Ich punch einfach durch so ein Feuervieh durch. Äh, ach da, der Kristall, ja. Hier ist noch ein Shop mit Kristallen. Also, hab Spaß. Wir sind auch ein paar Ameisen-Guards-Hilfe. Oh, I'm on my way. Hey, du. I'm on my way. Lauf. I'm on my way. Oh, der Teleporter. Rocket to Punch. Ja, Problem, oder? Oh, mein. Oh, okay, schön. Was hat jetzt eine Wii damit zu tun? Oh, wee, wee. Oh, wee, mon dieu. Alter. Oh, wee, 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 wee. I love this. So, warte mal, was hattest du gepinkt gehabt? Da hat diesen Shop hier irgendwo da ist ein Shop mit noch einem Fokus-Kristall. Oh, ja. Zwei sogar. Komm her, ich hau dich. Oder auch nicht. Hier, hab meine Disc. Kann ich gambeln? Ja, aber der kann nicht. Wahrscheinlich nicht. Glückspiel. 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 Oh, da sind Kisten. Kisten ist geil. Ist aber... Wenn die verfälschen, will ich dann besuchen. Ja. Oh, endlich mal. Ich hab mal was, was sinnvoll auf mir ist. Die Attack-Mister. Das ist halt stupid, wo du überall mit ihm hinkommst. Oh, toll. War da. Will ich das? Oh, weißt du was hier. Zoom. Zoom. Oh, juck. Äh. Ist immer gut, noch ein bisschen zu sehen, wo was ist. Ich mein dummer Hut nicht mehr auf. Der Dumme Hut. Steht dir die denn gut? Der Hut. Ich weiß nicht. Das müssen die Leute im Chat mir sagen. Also ich mag ihn. Macht ihr dem Hut? Das auch. Der Hut macht den Hut. Hut, Hut. Motherfucker. Hut, Hut. 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 Hut, Hut, Hut. Hüt, Hut, Hut. Hüt, 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 Hüt. Hüt, 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 Hüt. Hüt, Hüt. Bin wieder da. So. Ich hab'n Sprüche vorbei. Hast mich nicht vermisst, ne? Hast du eigentlich noch dein Backpack? Yeah. Wow. Nicht mehr. Wo ist er denn? Das ist... Könnt ein Problem für mich werden. Ich versuche zu übernehmen. Aua, 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 Aua. Jesus. Ich seh' da so'n Ding an mir vorbeifliegen. Hast du dich gerade an meinem Forcefields ran gesprappelt? Basically, yes. Und ich konnte ihn damit regelmäßig hauen. Das funktioniert verdammt gut. Du hast ihn mit Force verprügelt. Das war nicht im Sinne von Nutzer, die Macht. Mit dem Grappling-Hook weg, äh, hier quatsch mit dem Dash wegzukommen ist aber auch essential. Und das war's. What? Hä? Warum bist du dich tot? Warum bist du dich tot? Warum bist du dich tot? Okay. Meine Turtles kriegen das Ganze extra Health bei jedem Kill. Und da ich die immer wieder neu aufbaue, ist das Schwachsinn. Alter. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber es hat funktioniert. Das ist geil. Boom. Hast du den dann noch, oder ist der... Nee, die Batterie ist weg. Aber du hast es nicht gestorben. Nee, ich lebe. Du siehst, du hast ja gesehen, wie lebendig die... Ach, wegen deinem Schild hast du überlebt, weil du mehr Leben hattest, als die Explosion Schaden gemacht hat. Oder irgendwie sowas. Sick. Das ist echt ein neuer Lieblings-Card. Oh, aua. Ja, dann kill mal schön, wieder mit deiner Maximal-HP, äh, schön. So, kill. Das ist meine Energieanzeige gerade rot. Weil du die Infusion hast. Ach so. Die Infusion macht das rot. Und du kriegst jetzt für jeden Besuch von Gegner ein HP mehr. Bis zu 100 pro Infusion. Ich hab nämlich gerade gedacht, ich wär fast tot. Deswegen. Nee. Ich frag mich immer noch, warum sie dann nicht Liga machen, oder so. Das Geld bis zur ersten, äh, zur ersten Kiste zusammen ist immer so. Ja. Alter, so ein Bison gewone-shottet. Diese komische Spule ist aber auch was für sich, ne? Spule? Das heißt, diese, diese, diese komische Untertasse, die ich da schmeißen kann. Ach so. Ja, die ist echt super. Das ist, äh, stupid fun. Ja gut. Bis wir diese dumme Zeitpiste. Nie aufmachen können. Da ist eh nur ein Pre-Apion Accumulator drin. Also dieses Ding, was diese große, grüne, ähm, Elektrokugel schießt. Ach so. Oh, Drop Healing Officer. Das ist, das musst du einmal machen, um es freizuschalten, und dann ist eh egal. Weil dann hast du, kannst du den ja random eh bekommen. Hier ist nichts, was ich hauen kann. Vor allem, er sieht aus wie so ein Rock'n'Sock'n'Robot, you know? Bei mir ist halt alles hinter mir her, also, wenn du willst. Obwohl, jetzt sind sie sehen. Okay, Angel, bis denn denn? Oh, Angel. Ich sollte mal das Ding auch mal aktivieren, ne? Okay, fliegende Gegner sind für mich halt echt nervig. Da bringt der Grappling auch nicht viel. Ja, dafür hast du ja dann hier dein, ähm, deine Zap, äh, Zap-Bombe. Hm. Boom! Also, deshalb weiß ich auch, warum man den, äh, freischaltet, äh, nachdem man dieses große Viech freigestellt, weil das ist unmöglich, das, äh, das Viech mit dem Robo da zu killen. Hm. Wie willst du dran kommen? Du kannst dich vielleicht oben draufstellen. Ja, eben. War mal lustig gewesen, dass du nur so gut... Geil, noch ein Fokus, Crystal. Ich hab so viel extra Schatten verweilen. I'm just punching Bisons. Oh, Regenerative Shield, nice. Boots! This is so much fun. Oh, ne, Juna. Nein, Endel kriegt kein Maschinengewehr. Gib, 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 gib. Ein Korpsblumen. Hier ist der Telepompt. Ich wollte es mal endlich ein Fungi. Syringe. More punching. Ach, Kacke. Wer hättest du kriegen sollen? Igual. Ich steh immer so praktisch im Item, um es direkt aufzusammeln. Und dann ist es aber... Ja, das kenn ich aber. So, jetzt hab ich wenigstens die Chance, 100 HP extra zu nehmen. Außer sie haben's geändert, also eventuell haben's geändert. Wenn die jetzt sterben, dadurch krieg ich die HP oder krieg meine Turret die HP. Nö, meine Turret kriegt immer noch die HP. Wie dumm. Sorry, yes. Oder ich hab kein Level abgekriegt. This is so awesome. Sollen wir den Teleporter einmachen? Wenn ich noch eben hier so zwei Sachen abtrasen lässt, dann ja. So, jetzt kannst du. Und jetzt kommt natürlich der Kusa-Mucke. Das passt natürlich auch, ne? Oh, Magmi. Magma-Bomb, ja. Den kannst du gut bekämpfen. Das könnte Fun werden. Wie lang kann ich den Punch eigentlich halten? Alter, der Termitsch. So, das ist um 700% bald. Klingt ja übertrieben. Gut, je nachdem, wie viel Movement's gut passt. Ach ja, stimmt, ja. Ich hab' ich vergaß. Das Grünchen macht jetzt auch seine Bodenangriffe. Da kannst du den übertreffen. I'm just punching him. Das ist so stupid. Warte, ich liebe es irgendwie. Wenn ich jetzt halt einfach noch mehr Movement Speed hätte, ne? Dann wäre richtig Game Over. Stimmt. Hm? Fickst du das stimmt. Das wäre dann ist richtig hier. Zappenluster. Einfach fucking One-Punch-Sack-em-Robot. Oh, Willow-Wist. Ui. Das ist halt so ein Charakter, der macht mir richtig Spaß. Aber so ein richtiger Burst-Damage, ne? Das ist aber echt gut für dich. Weil hier mit Hunter ist schon Spaß. So ist es jetzt nicht, aber... Das sieht so stupid aus. Das ist so stupid. Ich will noch gambeln, bevor wir gehen. Juhu. Wie lang kann ich diesen... Ist der echt... Kann ich den unendlich lange chargen? That's stupid. Hier ist noch eine Kiste. Es ist auf jeden Fall eine Belohnung. Oh ja. Kann ich mal endlich noch ein bisschen schneller sein. Ich meine, klar, du brauchst die Movement Speed, aber... Vor allem, ich habe ein Schild an meinem Oberarm. Das ist ein Edelstein, aber ja, mein Handgelenk. Sag Bescheid, wer ich anmachen kann. Das ist schon ein mildes Ora Ora. Also, ne? Mildes Ora Ora. Ja, das ist so... Nicht so ganz spicy Ora Ora. Nee, es ist... Early... Early Life Ora Ora. Okay, wir machen dieses Ding nicht nochmal, ja? Nee, absolut nicht. Also, wenn du... Wenn ich deine... Deine... Ulti, aus Versehen, die Dinger triggert, Lass uns das vermeiden, nochmal zu machen. Gebt mein Bestes. Oh, da ist ein Extreme Dinosaur. Velossum, Tossum, Tone Max! Ich will die... Ich will die Ukulele hier. Dips auf die Ukulele. Na, guck mal, da sind zum Beispiel... Ah ja, die Leute, schön in Ruhe. Ukulele! Ich habe den Teleporter gefunden. Ja, fancy. Oh, wie gesagt, die erste... Die erste... Oder so zu verdienen, ne? Fucking Will-O-Wisps! Suck my dick! Piece of shit! Alter, darfst du ja wie befriedigen, das ist dir so ein Will-O-Wis, um zu knöpfen und die Scheiße aus ihm raus zu prügeln. Oh, doch, oh, doch. Ich muss vorstellen. Vor allem, ich habe so viel steht. Das hört nicht auf zu scharten. Ich habe ihn in die Zukunft geknüpft. Ich knopf dich hier zurück in die nächste und letzte Woche. Nein, letzte Woche hatte ich Urlaub. Moment, das ist gut. Tu es nochmal! Hier hören wir einen wildesten Männer. Okay. Weiß du was? Ja. Ding schreit. Ich schwitze mir eine Drohne mit einem Missile Launcher. Warum nicht? Ja, damit... Reflektion. So heißt das. Oh, no. Reflektionen sind fucking easy. Ja, jetzt kommt der Aufkaut. Ja. Scheiß Will-O-Wisp. Fuck. Das ist halt geil, wenn du dann eine Ausbildung machst, die ich schon fünf Jahre lang gemacht habe. Das ist... Oh, Ange. Ey, ich habe nicht viel. Ja, lass mir das. Ich kenne das alles schon. Das ist ja voll nicht mehr lokal. Nein, das Ding ist... Es gab echt einige Arschloch-Themen in diesen gesamten fünf Jahren. Und Reflektionen gehören sowas für nicht dazu, Mann. Oh, guck mal, Aya. Schön dran vorbeigehen. Ja, same. Aya. Ich hoffe halt wirklich, dass meine, ähm... Turrets nicht da autofokussen. Oh, Shadow, hast du Lust auf ein Challenge of the Mountain? Nö. Okay, dann lasse ich es aus. Weil ich weiß ganz genau, dann... Wenn wir das machen, dann geht wieder alles den Bach runter. Ich habe leider noch keine Brom. Leider noch keine Bungi. Noch mehr Aya. Ui, 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 Tippi. Einfach durch diese fucking Qualle. Die Qualle. Wow, hier ist noch ein... Ah, nee, das ist derselbe. Challenge of the Mountain. Ich dachte schon. Schalenge. Draten, es gibt zwei Challenge of the Mountain. Wow, wirklich. Dann werden wir es uns nicht leisten können, ne? Ja. Dann kommen sie. Dann kommt so ein Blödsinn. Kommt zweimal. Wenn ich jetzt... WANN DANN. Wenn ich jetzt... WANN DANN. WANN DANN. Warum will er noch anfangen? Warum kann ich diese Texte auswendig? Weil es liegt ganz kitschig. Oh, meine Quillman-Drohne ist gerade explodiert. Schau mal an. Ich gucke auf Drogen. Ich kenne fast nichts mehr aus. Yes, Energy Drink. Ain't nothing like a funky beat. Ähm... Das Ding wäre eventuell auch auf Degut. Hm? Wenn du sprintest, hast du Schild. Hab ich einmal schon, tatsächlich. Jo, dann mach mir. Mmh. Come on my way. Souvenirs aus dem Meer. Oh, nee. Außerdem sterbe ich oben. Hatte die Musik gerade dazu, ey. Lethal League Musik, ja. Der Song ist awesome, ja. Alter. Was war das denn? Ich bin tot. Ich bin tot. Das war so eine Kamikaze-Quelle. Die hat mich einfach... ...gefressen. Ich will die da rumjumpen. Oh, nee. Endliche Quallen. Das ist super gut für dich. Der Vulkan da. Da kannst du wirklich zweimal deinen Chart benutzen. Was machen wir denn, wenn er nicht stirbt? Wenn er nicht stirbt. Ist er noch ein Fake-Klis-Krieger? Genau die haben... Äh, die scheiß Quallen. Alter. Das ist so stupid. Ich kann sie dreimal, dreimal, äh, speeden. Hi. Ich bin komplett raus, irgendwie. Das ist sogar gut, dass diese in der Hülle für dich sind. Hast du schon deine Air geschmissen? Einfach, um... Ja, hab ich. Ah, hast du da, hast du. Na gut, jetzt kommst du wirklich weit genug weg. Ähm, what? Ich hab keine Ahnung. Schaden, du machst, ob du schitzt. Das schildt einfach. Pfff. Das ist so stupid! Hast du gerade... Hast du gerade den, äh, Goku gemacht, als der K... König Piccolo gespielt hat? Ja! DRAGON PUNCH! Ne, jetzt kannst du mehr springen, ist doch auch durch. Funky fresh tits. Geist, ich klinge mich aber jetzt auch schon mal aus. Ich bin ziemlich fertig von heute. Okay. Gute Nacht, schlafen. Ja, ne, ich gehe noch nicht schlafen, aber ich... Einfach nur... Gute Nacht, schlafen gut. Trotzdem schon mal schlafen, weil wir uns ja nicht mehr hören. Ja, okay, das verstehe ich. Okay, dann gute Nacht und habt noch Spaß beim Stream. Jo. Oh. Alter. Das ist ja lächerlich, dein Charge Punch mit dem Will-O-Wisp-Item. So, du sollst ja auch was zum Spielen haben. Wow, wir sind mal über diese Stage hinausgekommen. Wieso, das sind wir doch vorhin an sich auch. Ja, echt? Ach ja, doch, wir sind einmal wieder in die Titanic Plains gekommen, stimmt, da war was. Ehrlich hättest du sogar den Meat Hook besser haben sollen. Doch die haben noch mehr Sinn. Hier zieht Gegner dran. Wenn du wen triffst. Wenn du mal machst, dann machst du gut schnell Geld. Ungis. Bei nur 326 Kohler. Ich bin bei Grand. Ich mach dieselbe Strategie, die du machst, wenn du den hier mit Dings spielst. Den hast du nicht überhaupt. Einfach auf dem Dings stehen und schaden. E-quats, äh, hier Dings. Endlich mal ein bisschen meine Station, wo ich mich nicht hinstellen kann und überlebe. Wow. Ich hab' vergessen, wie dumm diese... Wieso habe ich genau 0 Dollar gerade gehabt, die ganze Zeit. Das ist auch geil, wie die Musik gerade dauerhaft gut passt. Ich hab' Geld. Ich könnte aber auch genauso schnell krepieren, das geht hier ganz schnell mit dem. Ich kenne das, also vom Mercenary weiß ich, wie schnell es gehen kann. Wenn da ein Gegner dran steht. Und jetzt kommt Endless Challenge, F-Zero Musik, Alter, das ist so stupid. I love this. Du glaubst gar nicht, wie froh ich gerade bin, dass ich diesen Run aufnehme. Boom. Alter. Ich bräuchte bestimmt noch so... Ja, ein paar Items brauche ich noch. Das ist so... Wifability. Du brauchst irgendwie... Noch mehr Schilde. Ja, eben. Entweder noch mehr Schilde oder mehr Power. Vor allem die Rage von diesem Dash ist auch stupid. Hm, nee, das macht auf mir keinen Sinn. Willst du dein ganzes Leben in Schilde verwandeln? Nee. Ich glaube nicht, dass das was bringt bei mir. Du hast mehr Leben und es lädt sich schnell wieder auf, dass du da kannst aber nicht generell mehr geheilt werden. Ist halt so Hit or Miss. Hm, nee. I refuse. Ja, ist gut auf dir. Oh, nice. Mehr Leben. Wer hat mal Tengi. Mehr als du ohnehin schon bist. Ich meine, ich habe standardmäßig 1000 Health, also... Ja, das ist jetzt schon mit zwei Infusionen bereits einbereichen. Also 800 hättest du um den Zeitpunkt hier. Ja, doch. Ich glaube, dass die nämlich schon ausgemacht sind, deine ersten zwei. Oh, da ist ein Will-O-Wisp. I will punch it. Wie hier einfach so ein Will-O-Wisp ganz alleine in der Ecke sitzt und nichts macht. Was los, Kleiner? Alles gut? Alles lo- was los? Kannst du dich nicht ins Knie ficken? Also, er steht hier einfach nur. Er ist ganz vertraut. Was macht der macht? Der hat schon keinen Lust mehr aufgehört. Er ist schon alleine. Dann explodiert er gleich und dann ist das Geschrei wieder groß. Obwohl hier ist ja. Ja, aber drei Wagen ganz. Und vorher ging er auf dem Grund nicht. Du stehst wahrscheinlich um auf einem drauf, ne? Ja! Schon. Das Schlimme ist, ich bin halt mobil genug, um aus solchen Situationen quasi free rauszukommen. Ja, ich nicht. Und jetzt hier oben den Nutraff einfach, damit ich das nicht messen kann. Alter. Trifft mich das? Nein, tut es nicht. Perfekt. Ja, schön. Macht gut die Taktik. Ich bin nur tanking, Dad. Das ist so gut. Mein Freund ist mal wieder das kleine Kind, das er ist. Das ist so. Das ist so gut. Wir Männer haben sonst keine Sachen über uns freuen können. Ich weiß. Ich weiß. Bin ich. Au. Au. Rock in the punch! Oh, scheiße. Ah, Hilfe. Okay, der ist tot. Nein, für mich. Oh, Leech Seed ist eigentlich auch gut für dich. Also ich nehme mal einen, weil, mein Gott. Das ist all right. Mach, mach, nimm. Also einen kannst du auf jeden Fall dir nehmen. Einen kannst du aus deinem Info schon nicht. Äh, wie viel ziehen. Ja, der Meat Hook wäre auf dir echt super, weil du einfach alles dran ziehen würdest, auf was es in der Luft wäre. Hm. Das war wieder so ein typisches Item. Ich stehe genau drauf. Oh, eine Lunar Coin. Ham, 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 ham. Nom. Das ist awesome. Soll ich? Ja, ich mache noch einen kaputt. So jetzt. Noch mehr Pilze. Und einmal weg. Dann was Opinion. Also Opinion. Wenn ich schon mal wieder Spie. Ich bin Spie. Spie. Fragezeichen, Fragezeichen oder, ja, doch, Schadenresistenz, bitte. 421, Mann. Trifft hat nix. Rules of nature. Ja, perfekt. Der Soundtrack ist gerade on point. Kannst du das überhaupt hochladen bei den ganzen verschiedenen... Ist mir scheißegal, ich werde. Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar. Digga, ich werde. Sollen Sie ihm kein Geld dafür geben? Ach, warte. Oh, wait. Was wollen Sie machen? Mich noch weiter am Algorithmus runterkicken? Oh, wait. Welchen Algorithmus? Der guckt dich doch gar nicht mit dem Arsch an. Ja, eben. Das ist es ja. Was gemein mit mir? War aber gemein. Das ist meine Aufgabe. Ich kriege einfach mehr Schilde durchs Anschen, als man mir Schaden machen kann. Dann kommt auf einmal der riesengroße Burst-Damage von irgendeinem Gegner. Ja. Jetzt hoffen wir, ich schalte er zu, mate. Das ist dein erster Item. Meine Güte. Das ist so fucking awesome. Warum war es mir überhaupt so schwer? Ich habe Double-Jumps ohne Ende. Das stimmt, das Typisch-Jump. Oha, Stein-Golem. Was? Ich schließe nicht in. Uh, letztendlich dann aber minimal weh. Stone Titan, mein Arsch. Ich dachte, ich war an Stone Cold. Es ist einfach schön, wie ich ihn quasi... Oh, ein Spritzenprinter-Shadow. Willst du oder-oder machen? Oh, yes, 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 yes. Gib, 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 gib. Ihr müsst eure Kräcksucht in den Griff bekommen. Ich bin da gerade auch am Printen. Ich möchte wieder super schnell schießen. Ich habe zwar jetzt schon wieder meinen Fokus verloren, aber... 12 Stück ist Maximum. Okay. Die drei habe ich schon. 8, 9... Cracken. Und die letzte. So, ich habe Spaß. Jetzt bin ich dran. Komisches Medikid. You need that. Gasoline, ja, ne, süß. Okay, es kostet mich zwar auch diese... Ja, die Gems. Ja, gut, aber wenn du schneller Schatten machst... Oder... Oh mein Gott, ich habe noch nicht mal 12. Und du schießt schon ultra schnell. Guck mich gleich mal an, ja? Mhm. Ora, ora ist ein Scheiß dagegen. Jetzt habe ich 11 einen noch. Jetzt habe ich 12. Wann ist sie? Ich bin neben dir. Joa, doch. Dieses Gäpplingbo. Oder, 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 oder. Wir müssen das Soundfallstattelarb spielen. Das geht nicht, Captain. Vor allem der Knockback. Oh, so eine Qualle war gerade auf dem Boden. Und ich dachte, das wäre so eine, äh, Luna, äh, Bluma, wo man blaues Alte... Oh, das kriegt man nur hoch. Endlich wird euch nichts gegönnt. Nee, absolut nicht. Oh mein Gott, mein, mein, mein Dash, äh, chargt damit auch schneller. Oh. Sehr schön. Okay, hier wäre der, der Porter. Oh, I'm on the way. Okay, das, das will ich jetzt, das will ich jetzt haben. I need to punch something. Okay. Kiryu Musik is playing. Nice. Da. I'm coming for ya. Oder, 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 oder. Oder, 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 oder. Oder, oder. Alter, ich hab vollen Schild. 2.500 geschild. Oder, 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 oder. Ja, läuft, würde ich sagen. Oder, oder. Alter, ist das stupid. Wo lebt denn da noch was? Irgendwo ist noch eine komplette Bieter Queen. Ich such die auch gerade. Das ist so ein Anti-Heil-Mist-Vieh. Oder, oder. Tod. I know, I know the power of your stand. Alter. Boom. Oh shit. Oh. Okay, lebe. Lebe. Königin irgendwie schon mal leben? Ich hab keine Ahnung, wo ist die? Das ist ein... Stone Titan. Also so einer hier, aber... Hä? Ach, da! Oder, 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 oder! Oh, buh. Aua. Oder, oder, oder! Oh, ich nehm tatsächlich mal Damage. Ja, wenn du in der Plurre drin stehst, ist das kacke. Oh, schön. Oh, nimm dummer. Kann ich nicht so viel mit anfangen. True. Kann ich? Ja. Alter. Okay, das wären jetzt ein paar viele Raketen, die fliegen. Mal mit Tag Speed, mit zwei... Zwei Turils? Ja, doch. I like. Oh, hier ist noch mehr Speed. Hm? Hier oben ist ein Shop mit einem Energy Drink drin. Oh, nice. Oh, fucking Bison. Dein Bison ist scheiße. Jetzt spawnen ja die Monster direkt zu Anfang, und heißt schön viel Geld. Schön Schnellgeld vor allem. Was ist denn jetzt hier, Würmchen? Würmchen von der Leyen da, aber. Ah, Hilfe! Jesus! Wurde ich gerade weggebounced. Was war das denn? Lebst du noch? Das kann mir auch nicht mehr helfen. Gerade so, aber holy shit. War nicht schön. Ich finde es geil, wie dieser Impfner glaubt, dass er eine Chance hat. Er hat keine Chance gegen meinen Stand. Wow, hi. This is my Stand-Up, Comedian. Ich finde es aber echt nervig, mein Herr. Das heißt, geil, sofern ich ein Gegner mal hab, wo ich mich ein bisschen dran hochprügeln darf, ne? Schild ist unbreakable. Denkt immer nur an's Glocken. Ja, was dagegen? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ich merke aber echt, dass ich mal wieder... Ja, das war sogar zweitreffer. Also, wir sind schon lange auf... Ja, also ich glaube, den Punkt haben wir schon lange gehabt. Oh, Shadow. Merkst du was? Und bei der Schwierigkeit, was da steht, Stage 7. Ja. Wir haben es doch vor allem mal beschwert von wegen, wir wissen nicht, in welcher Stage wir sind. Oh, ja, stimmt. Oh. Ich meine, haben sie wahrscheinlich schon... Das ist vor lange drin, aber ich merke es jetzt gerade erst. Das ist ein nettes kleines Update. Das ist so... Und hier wäre der Teleports. Aber ich brauche mehr und mehr Damage. Ach shit, was den Konkurrenten, den er zu gebraucht wird. Das war wie du gerade meintest. Man steht einfach da und wartet, dass man eine Seite kriegt. Ja. I need it. I need it. Oder, oder, oder. An der Orte. An der Orte. Dann war schon noch Erinnerungen mitgenommen. Oh, gambling. Das ist halt stupid, wie mein Schild oben bleibt. Das ist, wenn ich irgendwas noch prügeln darf. Das ist halt 2x-Speed, ne? Ja, Tesla-Spiele nehme ich. Ich brauche mein Turds. Der, 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 der. Boah. Ganz ehrlich, weißt du, ich bereue es keine Sekunde, dass ich dich heute gefragt habe, ob wir Risk of Rain streamen wollen. By the way, ähm, willst du hier einen Leech-Spiele? Ja, warte, ich muss hier kurz auf Stein hauen, ja? Ja. Ich habe das schöne ASMR-Geräusch. Gerade keine Regeneration. Das ist so fun, Punching-Stuff. Und dann einfach noch die Mobility von dem, ne? Oh, wir können Geister kriegen. Weißt du, das ist jetzt wieder einer dieser Runs, wo ich mir gesagt habe, so, eigentlich wolltest du heute Abend noch Spaghetti kochen. Wrestling-Kürken? Auch, ja. Und es ist natürlich auch wieder Wrestling-Abend. Oh, Stun-Grenade. Diese Blitze überall. Holy shit. Ukulele plus Tesla. Spule macht so fun. Oh, Bursting-Fungus habe ich hier oben. Oh, wo, wo, wo? Ping mal. Ich wollte den, sorry, sorry, ganz vergessen. Ich habe, ich Idiot wollte hier, äh, das Gambling nochmal aktivieren, hat dabei das Item aufgesammelt. Was? Du hast uns an vielswert gegessen. Basically. Dafür mache ich jetzt den Teleporter. Okay. Fakt ist, dass ich könnte. Oh, Blazing-Grenade. Jesus, ich bin tot. Ich verbrenne, ich verbrenne, ja, ich bin tot. Hey, ich habe das jetzt auch gekriegt. Das sind keine Gegner, wo ich bin gegen. Nee, also wirklich. Boah, erst ein bisschen Schild, ja? Oder, 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 oder. Boom, 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 boom. Feuerschaden ist einfach so. Fucking hell. This is pain. Gebt mir eure Lebensergie. Wie sie wissen, wie sie dich, die, äh, gegen dich, äh. Gibt mir stehen. Du nimmst einfach nur mal Bunny-Happen. Du kommst grad nicht über 700 irgendwie. Nee. Die wollen nicht. Die sagen nein. Scheiße, gar. Ich mein, stell dich einfach hin und dann hast du deinen Bastling-Fungus. Mhm. Stimmt eigentlich. Warum war es mir so kompliziert? Ähm. Would you kindly? Wieso? Normalerweise sollte er sich nach zwei Sekunden aktivieren. Ah. Weil das ist eine sehr verkante, äh, Saft. Guck mal. Ist doch schön, dass du einen Brustling-Fungus hattest. Das hat genauso viel Schaden, wie du nimmst. Äh, Schild, wie du, äh, wie du Schaden nimmst, also. Oh. 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 Oh, Chiffy. Oh, Chiffy. Ähm. Ähm. Das ist so gut, Pickle. Naja, halt Versuch reinzugehen, sich aufzucharten Und dann Und dann einfach durch den Whisp Durch und dann wieder genau dieselbe Scheiße machen Wieder woanders hinten stellen, wo die sich nicht erwischen können Und dann Anders kommt sie glaube ich nicht voran Oh boy No Nice, nice Wand Oh yes, I need you High five, man Alter, ich wurde von dem besiegt, was ich am meisten liebe Prügel Oh mein Gott Alter, dieser Charakter ist fun Er ist fun as fuck Aber meine Augen bluten Alter, ich kann nicht mehr Das ist zu viel für heute Jetzt machst du schon wieder hier fucking We will rock you Yep Oh, this game is still fun Das ist Ich kann es kaum glauben Dieses Spiel macht immer noch fucking Spaß Ja Und wir haben